... sich die folgenden Bilder genau an. Das könnten Sie innerhalb von wenigen Wochen sein. Keine Fältchen um die Augen. Keine Ausdruckslinien auf der Stirn. Keine Falten um den Mund. Keine schlaffe Haut an Kinn oder Hals. Und das Ganze auf natürliche Weise. Wir präsentieren Perfect Skin von Beauty-Ikone und Playmates des Jahrhunderts, Gitta Sachs. Meine jahrelange Suche nach dem richtigen Beauty-System führte mich schließlich zu einer einzigartigen Kosmetiklinie, die ich in den letzten Jahren zur Perfektion mitentwickelt habe. Es ist unglaublich. Schon nach zwei Tagen habe ich wahnsinns Ergebnisse gesehen. Perfect Skin, das ist die Anti-Aging-Revolution und das sollten Sie sich besser nicht entgehen lassen. Perfect Skin enthält alles, was meine Haut braucht. Die Faltentiefe rund um meine Augen hat sich nach nur drei Wochen deutlich reduziert. Das Geheimnis liegt in der einzigartigen Wirkstoffkombination. Perfect Skin ist das erste Beauty-Komplettsystem, das die wirksamsten Stoffe zur Faltenreduzierung, Kollagen und Hyaluronsäure in einem Beauty-System vereint. Gleichzeitig verlangsamt es die Hautalterung von außen und von innen. Falten werden effektiv und wissenschaftlich nachgewiesen reduziert. International anerkannte deutsche Testinstitute haben Perfect Skin getestet und bestätigen, bei 95% der Testpersonen wurde bereits nach 28 Tagen ein signifikanter Rückgang der Faltentiefe festgestellt. Und so einfach geht es. Nehmen Sie täglich einmal das Kollaginkonzentrat ein und tragen Sie die Tagescreme auf. Schon versorgen Sie Ihre Haut von außen und innen mit reinem, natürlichen Kollagen und reichhaltiger Hyaluronsäure. Das ist Perfect Skin von Gitter Sachs.